Jonathan, du hast die Saison mit einem anderen Partner angefangen. Warst du mit dem alten Mann zurückgekommen? Ja, ich habe mit Markus Pop in Luzern angefangen. Aber es war nur eine Woche. Und jetzt sind wir wieder als normales Team. Und ich bin froh, dass wir hier mit einer bronze-Metal in der ersten Grand Slam. Vielen Dank, Markus, für die Hilfe in Luzern. Aber jetzt Kai ist zurück. Obviamente, du hast eine medal in über ein Jahr gewonnen. Du warst in Shanghai. Was war die Unterschiede für dein Team, als es mit dem Rest der 2014 Saison war? Es ist schwer zu sagen. Du kommst hier im ersten Tournament, du hast große Erwartungen. Aber du wirst nicht, wie du bist, wie du fühlst. Du hattest keine Konkurse. Für uns war es eine große Veränderung im Winter. Und wir sehen jetzt die Ergebnisse. Wir haben heute ein paar Dinge verändert. Und in der Vergangenheit, okay, wir haben drei Spiele gegen das. Und so haben wir verbessert. Wir müssen verbessern. Und ich denke, es ist jeden Tag ein neues Spiel. Aber jede Sache kann es ändern. Und heute sind wir die Glückwunscher. Mit Alisson, du hast ihn in den World Championships gespielt. Du hast ihn für eine bronze. Obviamente in London. Sie haben dich gewonnen. War es etwas extra speziell, wenn du mit Alisson spielst? Ja, es ist immer speziell mit Alisson. Ich denke, es gibt ein interessantes Gefühl mit uns. Und es ist immer ein guter und tightes Spiel. Und ich mag gegen ihn spielen. Und ich weiß nicht, ob er es heute mag. Und so, wie groß sind diese Tournamenten jetzt? In den Olympischen Qualifikationsprozess? Mit anderen guten deutschen Teams, auch? Für uns war es ein perfekter Start. Nach dem Open, wo andere deutsche Team gewonnen hat. Wir fühlen keinen Druck. Aber wir sehen, dass viele deutsche Teams es in den Olympischen. Für uns ist es sehr wichtig, in der ersten Green Slam zu gewinnen. Anklationen von Betasin und Ömer! Der erste Karst, bauter Prof. und Ömer! Bis zum nächsten Mal. Im Aufmerksamkeit, wir wissen schönes Wochenende. Abner Platz unlimited, das ist unser ankle. Aufmerksamkeit, wir sind im Team. Wir können nicht aufmerksam, das ist unser Geld. Wir können nicht aufmerksam machen. Wir können nicht aufmerksam machen, das ist unser Geld in den Augen. Vielen Dank.